Servus und willkommen zurück. Dieses Video ist ein bisschen ein historischer Einschub. Am Arbeitsblatt findest du einen Ausschnitt aus einem Tabellenbuch aus dem Jahr 1619. Also von mehr als 400 Jahren. Links sind die Werte von 75 Grad bis 75,5 Grad auftragen. Und rechts ist genau dieselbe Seite nochmal, nur ein bisschen vergrößert. Heute haben wir einen Taschenrechner, mit dem wir so den Sinus ausrechnen können. Aber wie haben die Leute das früher gemacht? Na, mit eben solchen Tabellen. Berechnen mal den Sinus von 75 Grad mit dem Taschenrechner und dann schau nach, ob du es auch nur mit der Tabelle geschafft hättest. Wie immer gebe ich dir 3 Sekunden Zeit, um das Video zu pausieren. Davor noch ein kleiner Hinweis. Pass auf, dass dein Taschenrechner auf Degree gestellt ist und nicht auf Radiant oder Neukad oder so. Wenn ich den Sinus von 75 Grad eintippe, dann kommt mir 0,9659258 raus. Oder so. Ja? Wenn du ein Bild rechts in der Zeile vom Nuller schaust, dann findest du genau diesen Wert. Okay? Hier. Der Nuller in der ersten Spalte zeigt an, dass zu den 75 Grad null Winkelminuten dazukommen. Was sind diese Winkelminuten? So wie man eine Stunde in 60 Minuten aufteilen kann, so kann man auch einen Grad in 60 Winkelminuten aufteilen. 30 Winkelminuten sind also ein halber Grad und so weiter. Find jetzt den Wert für 75 Grad und 6 Winkelminuten heraus. Für den Taschenrechner musst du das zuerst in eine Dezimalzahl umwandeln. Aus der Tabelle kannst du es auch direkt schon rauslesen. Wie immer 3 Sekunden Zeit zum Pausieren. Wenn 60 Winkelminuten ein Grad sind, dann sind 6 Winkelminuten ein Zehntelgrad oder eben 0,1 Grad als Dezimalzahl geschrieben. 75 Grad und 6 Winkelminuten sind daher genau 75,1 Grad. Und der Sinus davon ist 0,966376 und so weiter. Wenn wir wieder in der Tabelle nachschauen. Und zwar dieses Mal bei 75 Grad und 6 Minuten. Dann finden wir genau dort wieder diesen Wert. Es ist schon angenehm, diese dänischen Hilfsmittel heute zu haben. Die Mathematik selber, die gibt es auch schon länger als unseren Taschenrechner. Ich hoffe, dir hat dieser historische Exkurs gefallen. Im nächsten Video werden wir die Winkelfunktionen verwenden, um eine fehlende Seitenlänge zu finden. Bis dann. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal.